Dann haben wir auf Platz 3 Evil Genie, diese Feuereffekte, die er in seinen Händen hat und einfach die Pose, alles ein lustiges Geisteskrank. Auf Platz 2 finde ich immer noch Virus Altbit, aber weil Altbit so krank anders aussieht, so krass böse, übertrieben heftig, aber Platz 1 finde ich immer noch Dark Lord Spike, extrem extrem.